Hallihallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zum Dauerwerbe-Video Nummer 6, wenn ich richtig gezählt habe. Und wie ihr seht, habe ich ausnahmsweise mal kein Barcamp-T-Shirt an, weil ich war heute in Friedrichshafen bei dem Site eines der nächsten Barcamps, nämlich des Barcamps Bodensee. Da ist es sehr schön an der Zeppelin-Universität, die uns da Gastrecht gewährt und so weiter und so fort. Und da ich sechs Stunden im Zug verbracht habe und da auch Dinge gelesen habe über gesundes Leben und solche Dinge, und da dachte ich, ich gönne mir mal was richtig Gutes. Und ich habe nämlich noch ein geheimen Kampfmittel in meinem Ding. Und ihr hört, meine Stimme ist auch etwas angeschlagen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob ich im Zug Zug abgekriegt habe. Ja, gut. Also ich habe hier nämlich noch was, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Aronia-Muttersaft. Melanokarpa-Muttersaft. Lebenskraft durch die Gaben der Natur. Mal gucken, was hier... Dieser wertvolle Presssaft aus frischen Aronia-Beeren ist pur ein Genuss. Ereignet sich aber vorzüglich zur Zubereitung einer durstlöschenden Schorle oder als fruchtiger Zusatz zu einer Tasse Tee. Das habe ich auch jetzt schon einmal gemacht, dass ich den Walterssaft, von der Walterssaft-Kellerei, die uns hier sponsern natürlich, habe ich hier auch erstmal in Tee reingetan. Sehr nett, vor allem wenn man so... So, jetzt werde ich euch das mal wieder zeigen, damit ihr das endlich mal begreift hier. So, seht ihr, hier macht man das hier so raus und dann macht man eine Klappe auf und dann zieht man das hier so raus. So, da la. Und dann macht man das hier wieder zu. Und dann muss ich jetzt mal kurz aus dem Bild hier, weil das ist immer so ein bisschen klickreich, dass man sich hier nicht einsetzt. So. Und dann hat man das hier so und dann sollte man das so machen, dass man das nicht verleppert und dann immer hier das so ein bisschen, als ihr das auch mitkriegt. Na, geht das so? Ne, geht nicht so. Ja, so seht ihr das so ungefähr, da kommt jetzt das Glas drunter. Ja, das seht ihr. So, jetzt werde ich das mal probieren. Jetzt bin ich ja hochgespannt, wie dieser Aronia-Muttersaft immer dann zurückschieben, damit es im Zweifelsfall auf den Tisch trufft und nicht auf den Teppich. Geht aber auch gut wieder raus. Die mit, das Mittel, mit dem ich es raus mache, die sponsern uns nicht. Keine Chance, ne. Also, so. Probieren wir das mal. Und wenn ich auch weiterhin noch Videos aufnehmen kann, dann hat es geholfen. Da sind nämlich lauter gute Sachen dann. Mhm. Also, der ist nun definitiv nicht zu süß. Und schmeckt aber, da merkt man, da ist was drin. Und, äh. Das ist übrigens immer noch die erste Lieferung. Die kam irgendwann im Februar. Ähm, und wir haben schon Mai. Aber, man kann ihn eine ganze Weile aufhalten. Nur drei Monate, wenn man ihn auf hat, dann hat man drei Monate Zeit, ihn aufzubrauchen. Ich habe das auch ziemlich gestreckt mit dem einen Paket. Und, ähm, die letzten Schlucke waren immer noch genauso gut wie die ersten. Einwandfrei. Ungekühlt steht hier bei mir im Regal da, hinter mir. Na, könnt ihr das sehen? Da, da steht noch der ebayischen Saft. Da ist noch ein Schluck drin. Ne. Ja, also, ganz prima Sache. Wie gesagt, auch fürs Büro einwandfrei. So, äh, wir sehen uns beim Barcamp Bodensee, denn das sponsert auch Walter. Und, ähm, da gibt es wieder einen leckeren Waltersaft und Sonntagmorgen Kaffee und andere leckige Dinge. Und vor allem eine wunderbare Aussicht. Ich sage es euch, wenn ihr zum Barcamp Bodensee kommt, ähm, ihr werdet nie wieder weg wollen. Also, ich habe es heute richtig schwer, mich wieder loszureisen und wieder drei Stunden hinzuzusetzen. Okay. Bis dann. Wir sehen uns. Tschö.